Der Trailer, der auf TennoLive 2015 gezeigt wurde, zeigt uns nicht nur einige sehr schöne Parcours-Szenen, sondern auch die Rückkehr unseres alten Feindes, der Sentients. Diejenigen, die sich nicht so viel mit der Hintergrundgeschichte von Warfare beschäftigen, fragen sich jetzt vielleicht, wer zu fuck sind die Sentients? Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz gesagt sind die Sentients der Grund, warum die Warframes existieren. Aber um genau zu verstehen, wer die Sentients sind, müssen wir etwas tiefer schürfen. Beachtet bitte, dass hier viel Spekulation im Spiel ist, da Warframes Hintergrundinformationen selten eindeutig sind. Außerdem werde ich versuchen, mich auf die Sentients zu beschränken und andere Hintergrundinformationen auszuklammern, da das Video sonst viel zu lang wird. Die erste Erwähnung der Sentients finden wir im Codex-Eintrag von Excalibur und Excalibur Prime. Die Sentients hatten gesiegt. Sie hatten unsere Waffen, unsere Technologie gegen uns verwendet. Je weiter wir fortschritten, umso größer wurden unsere Verluste. Der Krieg war vorbei, außer wir fanden einen neuen Weg. In unserer Verzweiflung wandten wir uns zur Void. Die blendende Nacht, die Hölle, in der unsere Wissenschaft und unser Verstand versagten. Wir nahmen die wenigen, die von diesem Ort zurückkehrten. Bauten eine Hulle um sie, einen Verstärker ihres Elends. Gaben ihnen die Waffen der alten Tage, Gewehr und Klinge. Ein neuer Krieger, ein neuer Codex war geboren. Diese Ausgestoßenen, diese Tenno, wurden unsere Retter. Kriegergötter, gegossen in Stahl und Wut, bekämpften unsere Feinde auf eine Art, die sie nie verstehen konnten. Excalibur war der Erste. Daraus erfahren wir folgendes. Die Orokin waren aus unbekannten Gründen im Krieg mit einer außerirdischen Spezies, die sie Sentients nannten. Trotz ihres technologischen Fortschritts konnten die Orokin nicht gewinnen, da die Sentients scheinbar in der Lage sind, Technologie zu manipulieren. Die Orokin wenden sich zur Void, dem Ort, aus dem wir heute unsere Primes bekommen. Obwohl die Orokin Angst vor der Void und allen, die von dort zurückkehrten, hatten, wurden die Tenno zu ihrer letzten Hoffnung. Sie bauten die Warframes, um die Fähigkeiten der Tenno zu lenken und zu verstärken. Kleine Zwischeninfo, die Tenno sind nach derzeitigem Bestand höchstwahrscheinlich Orokin, wie ungeschützt der Void ausgesetzt waren und mit denen dann seltsamer Stuff passiert ist. Die Quest Versteckte Botschaften, in welcher wir Mirage bekommen, enthält ebenfalls Informationen über die Sentients. Während der Missionen durchlebt die Lotus Erinnerungen an den letzten Kampf und den Tod der ursprünglichen Mirage. Es ist nicht ganz ersichtlich, ob Lotus hier ihre eigenen oder die Erinnerungen einer anderen Person durchlebt, aber es ist gut erkennbar, dass die Person alles versucht hat, um Mirage zu retten. Die Raumschiffe der Sentients werden als wurmartig beschrieben. Außerdem erfahren wir, dass die Sentients in großen Zahlen erscheinen und Mirage letztendlich durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit überwältigen. Lotus oder die Person, deren Erinnerungen sie durchlebt, müssen zusehen, wie Mirage aufgelöst wird. Die Beschreibungen der Lotus lassen darauf schließen, dass die Waffen der Sentients auf Hitze basieren. Jetzt bleibt die Frage, wie genau die Sentients zurückkehren werden. Spekulationen gehen davon aus, dass die beschädigte Solarschiene in der Nähe von Pluto die Rückkehr der Sentients ermöglichen wird, sobald sie repariert wird. Etwas, was die Korpus derzeit tun. Ebenso fragen sich manche vielleicht, was aus den Orokin geworden ist, wenn die Tenno den Konflikt für sie gewonnen haben. Stalkers Codex-Eintrag steuert stark darauf hin, dass die Tenno den Orokin oder zumindest ihre Herrscher während der Siegesfeier ermordet haben. Die genauen Gründe dafür sind allerdings unbekannt. Ich frage mich jetzt nur, ob die Wesen, die wir im Trailer gesehen haben, die eigentlichen Sentients oder von ihnen gesteuerte Maschinen sind. Ich hoffe aber, dass die Sentients gameplaytechnisch etwas Neues hinzufügen und sich deutlich von den Korpus, Grineer und Infested unterscheiden. Seid ihr bereit für die Rückkehr eures wahren Feindes, Tenno?